Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In meinem letzten Video habe ich ein Fanpaket geöffnet. Da habe ich eine Waage geschenkt bekommen und in diesem Video werde ich mich das erste Mal seit Jahren mich mal wieder wiegen. Ich bin wirklich gespannt, wie viel ich jetzt mittlerweile wiege. Was ist eure Schätzung, wie viel ich wiege? Schreibt das jetzt mal schnell in die Kommentare. Ich weiß es nämlich selber nicht. Ich schätze mich, glaube ich, so auf 90 oder so. Mal schauen, ob ich mit meiner Schätzung recht haben werde. Ich bin auf eure Schätzung auf jeden Fall gespannt. Und wie dem auch sei, jetzt wird sich gewogen. So, ich gehe jetzt zur Waage hin. Sie steht hier in diesem Raum. So, erstmal bevor ich auf die Waage gehe, die Schuhe ausziehen. Das erste Mal seit Jahren, dass ich mich mal wirklich auf eine Waage stelle. So, was wird die Waage anzeigen? Erstmal gucken, wie die Waage funktioniert. Musst du mich einfach nur raufstellen? Ja. So, ich stelle mich jetzt rauf. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das wirklich lese, aber laut der Waage soll ich 80,8 Kilo wiegen. Mal schauen. Tatsache, ich habe mich wirklich nicht getäuscht. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch.